Über 95% aller Jogger landen zuerst mit der Ferse. Warum du das besser nicht machen solltest, schauen wir uns jetzt an. Der Mensch ist ein geborener Jäger und Sammler. Seit ca. 250.000 bis 350.000 Jahren lebte Homo sapiens in diesem Lebensstil, bis er sich vor 13.000 bis 14.000 Jahren hat sesshaft gemacht. Bramble und Liebermann gehen in einer Studie von 2004 davon aus, dass die ersten Hominiden schon vor 2 Millionen Jahren angefangen haben, ausdauernd zu laufen. Es gibt die Theorie, dass das ausdauernde Laufen, die Fähigkeit, uns unter Belastung auch mit dem Schweißsystem zu kühlen, die erste Jagdform war, dass wir in der Fähigkeit waren, die Fähigkeit hatten, Großwild, große Kudos, Gnus etc. zu Tode zu hetzen. Ohne Pfeil und Bogen und ohne Speere, einfach nur mit der Fähigkeit, über lange Distanzen zu laufen. Wie kann es aber sein, dass sich so viele Jogger in der heutigen Zeit immer wieder verletzen, wo wir doch geborene Läufer sind? Fanget und Al fanden in einer Studie von 2007 heraus, dass sich 79 bis zu 79 Prozent der Läufer in einem gemessenen Jahr verletzen. 46 Prozent davon wiederholend. Das ist schon eine enorme Zahl, wenn man davon ausgeht, dass das eigentlich mal unser tägliches Brot war und unser Lebenserhalt war. Wenn man barfuß oder mit Socken einmal auf einem harten Boden, Steinboden, Laminat etc. auf- und abspringt, wird man feststellen, man landet automatisch auf dem Vorfuß. Das über die Ferse zu machen, also auf der Ferse zu landen, wird man relativ schnell unterbinden oder lässt es von vornherein. Und da reichen schon geringe Fallhöhen von ein paar Zentimetern und ich lande auf dem Vorfuß. Ein paar Zentimeter ist auch das, was die meisten Jogger als Fallhöhe haben. Diesem kleinen Test entgegen stehen die Beobachtungen auf der Straße und es gibt auch Studien dazu, zum Beispiel bei Gilino et al. Die zeigen, 87 Prozent der Läufer landen über die Ferse. Larsen et al. kam auf 88,9 Prozent und Almeida et al. auf 95 Prozent aller Jogger, die über die Ferse landen. Das heißt, die meisten Jogger da draußen sind sogenannte Heelstriker. Es gibt auf der anderen Seite Studien von habituellen Barfußläufern, also Läufern, die ihr Leben lang barfuß laufen oder zumindest sehr, sehr routiniert darin sind, die unterm Strich alle zeigen, dass diese Läufer zum großen Teil Vorfußstriker, also Vorfußläufer sind und mit dem Vorfuß zuerst landen und dann erst mit der Ferse. Auch beobachtet hat man in einigen Studien, und das deckt sich mit meiner eigenen Erfahrung aus Coachings und Workshops, dass Heelstriker, Fersenläufer, Barfuß dazu neigen, auf dem Vorfuß zu laufen. Also auch das anerzogene Heelstriking, Fersenlaufen ist dadurch, dass man sich die Schuhe auszieht und Barfuß läuft meistens außer Kraft gesetzt und man wechselt in den vermutlich eher natürlichen Vorfußlauf. Wir schauen uns einmal die grundlegenden kinematischen Unterschiede zwischen Vorfußlaufen und Fersenlaufen an und was daraus vielleicht noch im gesamten Körper resultiert. Klar ist, beim Vorfußlaufen setze ich als allererstes mit dem Vorfuß und mit dem Ballen auf, beim Fersenlaufen zuerst mit der Ferse und dann folgen Ballen und Zehen. Das heißt, beim Vorfußlaufen, wenn ich mir den Fuß anschaue, im Moment des Bodenkontaktes ist er in der sogenannten Plantarflexion, also er ist nach unten gekippt und ein bisschen nach innen geneigt in einer Inversion. Der Außenballen beim kleinen Zeh guckt dann also nach unten und ist der erste Kontaktpunkt mit dem Boden. Dann folgt die Ferse und der Innenballen vom großen Zeh und der große Zeh bis der gesamte Fuß letztlich steht. Beim Fersenlaufen ist es andersrum. Ich habe im Moment des Bodenkontakts eine sogenannte Dorsalflexion, also der Fuß ist nach oben angezogen, zum Teil dadurch hervorgerufen, dass wir halt eben Schuhe tragen, die diesen Toe-Spring haben, also die Zehen nach oben liften und ich da schon diese Grundspannung habe und die Ferse nach unten guckt. Gut, dann setzt die Ferse auf und es folgen der Außenballen beim kleinen Zeh, also Grundgelenk vom kleinen Zeh und dann geht es zum Grundgelenk vom großen Zeh und über den großen Zeh raus und dann habe ich den vollen Stand. Das Aufsetzen über die Ferse kennen wir eigentlich auch eher von der Gangart gehen. Ich habe in dem Video das schon hier ein bisschen genauer erklärt. Wer da nochmal reinschauen kann, ist gerne eingeladen. Ansonsten nochmal ganz kurz beim Gehen pendle ich meinen Fuß und meinen Bein um mein Becken herum. Dann kommt mein Fuß aus dem Körper raus, aus der Körpermitte raus. Die Ferse guckt Richtung Boden, ist der Boden am nahesten und dann kann ich ganz entspannt über die Ferse aufsetzen und ich habe eine Hebelwirkung, die meinen Körperschwerpunkt nach vorne bringt. Beim Laufen, wenn wir es barfuß machen und vorfuß machen, ist es aber genau andersrum. Ich habe einen Kniehub, der dadurch hervorgerufen wird, dass ich hinten beim Verlassen des Bodens, wenn mein Fuß Spannung aufnimmt und nach vorne katapultiert wird, dann geht mein Knie nach oben. Ich habe diesen Kniehub, dann fällt der Unterschenkel nach vorne oder nach unten. Der Fuß hängt runter und ist eben halt in dieser Plantarflektionshaltung und dann ziehe ich den Fuß zum Körper hin und wenn man es dann in der Fortbewegung sich betrachtet, ziehe ich über den Fuß meinen Körperschwerpunkt. Jetzt ist es ja so, wir landen automatisch auf dem Vorfuß, wenn wir springen oder wenn wir halt auch auf harten Böden laufen, weil wir den Stoß entsprechend dämpfen. Was wir da machen, ist vor allem aber eine Zeitverlängerung. Als einfaches Beispiel, wenn ihr mit dem Auto vor eine Wand fahrt mit 30 kmh und ihr habt da wenig Knautschzone und ihr seid jetzt vielleicht noch verbunden mit dem Gurtsystem in dem Auto, also am Sitz festgeschnallt, dann macht das Auto das. Und es ist vielleicht für ein Segment bei euch im Körper nicht ganz so zuträglich, nämlich für den Kopf. Euer Kopf macht einmal ganz kurz das. Bisschen ähnlich ist es beim Laufen über die Ferse. Wenn ich nämlich über die Ferse laufe, dann habe ich da zwar ein kleines Fettpolster, was ein bisschen Dämpfung fürs Gehen bringen kann. Beim Laufen habe ich aber erhöhte Kräfte. Ich habe eine höhere Fallhöhe und da reicht die eben nicht mehr aus. Und was passiert dann? Ich bremse ganz abrupt ab über die Ferse. Das heißt, alles, was von oben runterfällt, wird ganz schnell abgebremst und will eigentlich noch weiterfallen und ich habe eine Stauchung im gesamten Körper. Mache ich jetzt folgendes. Bremse ich langsam ab. Also entweder mache ich ganz, ganz viel Dämmmaterial, Schaumstoff vor mein Auto. Dann habe ich irgendwie das. Oder ich bremse einfach nur ganz, ganz langsam runter. Dann bleibt mein Kopf da an Ort und Stelle, weil die träge Masse entsprechend langsam runtergebremst wird und dann passiert mir auch nichts. Ähnlich ist es mit dem Vorfußlaufen. Wenn ich über den Vorfuß absetze, dann mache ich nichts anderes als die Zeit, in der ich abbremse, zu erhöhen. Also ich verlängere den Weg und dadurch kann das Ganze geglättet werden und ich habe nicht mehr diesen kleinen, kurzen Peak, diese Krafterhöhung oder halt auch dieses kurze Abbremsen. Und das kann mir Vorteile bringen. Ich habe eben nicht diese Schockwelle zum Beispiel, die durch den Körper geht und ich habe auch die träge Masse, die nach unten fällt, entsprechend langsam runtergebremst. Das kann sehr wahrscheinlich auch sogar Auswirkungen auf die Effizienz beim Laufen haben. Das schauen wir uns einen späteren Abschnitt an, wenn es um die Achillessehne und das Fußgewölbe geht. Es hat aber auch den Vorteil, dass wenn ich über den Vorfuß laufe und die Zeit, in der ich abbremse, erhöhe, habe ich mehr Kontrolle. Das heißt, ich habe mehr Stabilität. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich über die Ferse aufsetze, hier ganz, ganz abrupt zack aufsetze, dann fällt der Fuß nach vorne. Das kann ich kaum kontrollieren. Das geht ganz, ganz schnell. Deswegen haben wir natürlich auch Schuhe, die uns stützen, die die Fläche unter der Ferse hier erhöhen sollen, verbreitern sollen, weil hier unten habe ich nicht so ganz viele Möglichkeiten zu stabilisieren. Unser Kalkaneus, das Fersenbein, ist so ein bisschen rund hinten, sieht aus der Achse auch aus wie so eine Kugel und da habe ich Spielraum zu allen möglichen Seiten. Und wenn ich hier lande, das schnell mache, dann bin ich da erstmal sehr instabil. Wenn ich auf dem Vorfuß laufe, habe ich zum einen mehr Fläche. Der gesamte Ballen mit den Zehen und Vorfußbereich hat erstmal mehr Fläche. Deswegen bin ich schon mal stabiler. Ich habe aber auch mehr Zeit. Wir haben ja gesagt, ich lande als erstes auf dem Außenballen vom fünften Zeh, dann geht es zum großen Zeh und gleichzeitig nach hinten zur Ferse. Das heißt, ich erhöhe die Zeit, in der ich runterbremse und ich habe viel, viel mehr Zeit, um den Aufprall zu kontrollieren, um alle Reflexe, alle Propriozeptoren, die so in den Muskeln sitzen, die die Bewegung letztlich steuern und aber auch halt messen und kontrollieren, all die haben viel, viel mehr Zeit, um den Stoß entsprechend kontrolliert abzufangen. Es gibt einen weiteren sehr interessanten Punkt, nämlich die Bewegung im Becken. Es gibt eine Untersuchung von Novacek aus dem Jahr 1997, die zeigt, dass wir unterschiedliche Bewegungen zwischen Gehen über die Ferse und Laufen beziehungsweise Sprinten über den Vorfuß haben, wenn wir uns das Becken anschauen. Ich versuche es einfach zu erklären. Ihr stellt euch das Becken vor wie so eine liegende Acht mit unseren beiden Beckenschaufeln hier links und rechts. Und wenn ich laufe, dann setzt der Fuß ja nahe dem Körperschwerpunkt auf und ich ziehe den Fuß letztlich, wenn ich auf dem Laufband stehe und nur so jemanden stehend quasi vor mir habe und nur die Laufbewegung in dem Bein sehe, dann sehe ich, dass das Bein zum Körper hinkommt und in dem Moment ziehe ich quasi mein Bein unter den Körper. Und das führt dazu, dass wenn ich jetzt mein rechtes Becken betrachte und das rechte Bein, das kommt jetzt auf den Körper zu, dann geht mein Becken ein bisschen nach hinten. Also es zieht mit nach hinten und hält dagegen entsprechend mit. Also im Bein, was nach hinten geht, zieht die entsprechende Beckenseite nach hinten mit und hält den Zug dagegen aus der rückwärtigen muskulären Kette. Beim Gehen ist es genau andersrum. Beim Gehen habe ich eine Hebelfunktion eher. Also ich setze die Ferse auf, dann den Vorfuß, dann hebelt das mein Unterschenkel mit nach vorne, mein Knie. Und wenn mein Knie vorne ist, kommt mein Becken mit. Und das führt dazu, dass ich beim Gehen eine Kippung nach vorne habe und auch auf der Achse hier eine leichte Bewegung nach vorne und dann hebele ich mich so nach vorne und dann kommt das andere Bein und es hebelt, 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 hebelt. Das ist natürlich rund, das sieht dann irgendwie so aus in der Realität, ist aber genau das entgegengesetzte, die entgegengesetzte Bewegung vom Laufen. Also Gehen geht so nach vorne, beim Laufen ziehe ich eher nach hinten, die Beckenseite vom Standbein. Wenn wir uns jetzt noch das Ganze eine Etage höher anschauen, Richtung Wirbelsäule, dann haben wir bei der Geh- und Laufbewegung die sogenannte kontralaterale Verdrehung, Rotation. Das heißt, wenn mein rechtes Bein nach vorne geht, dann geht auch meine linke Schulter und mein linker Arm nach vorne. Kennt ihr beim Laufen, dann habe ich halt diesen Armsprung und das ist letztlich erstmal nur auch eine Stabilisierung und eine Ausgleichsbewegung über die Wirbelsäule. Diese Bewegung kommt jetzt beim Gehen, dadurch, dass ich ja das Becken nach vorne kippe, also mit dem Standbein mitgehe, kommt diese Bewegung wirklich aus der Wirbelsäule im Lumbarbereich. Unten verdrehen sich die ersten Wirbel und dann habe ich meine kontralaterale Bewegung. Beim Laufen ist es genau andersrum. Dadurch, dass ich einen Zug nach hinten habe im Becken, habe ich hier schon diese kontralaterale Bewegung und die Bewegung entsteht schon im Becken und wird dann nur über die Wirbelsäule fortgetragen, fortgepflanzt, sodass die linke Schulter entsprechend mitgeht. Fange ich jetzt an, die beiden Gangarten zu vermischen und ich setze beim Laufen über die Ferse auf und setze diesen Hebelmechanismus in Gang, dann kippt und zieht mein Becken ja nach vorne, wie beim Gehen halt auch und ich muss dann jetzt aus der Wirbelsäule diese kontralaterale Bewegung hervorbringen, damit ich die gegenliegende Seite nach vorne bekomme und eben nicht aus dem Becken, wie es beim Vorfußlaufen, wenn ich den Fuß zum Körper hinziehe, möglich wäre, dass die Wirbelsäule eben nicht in sich verdreht wird, sondern das Ganze schon aus dem Becken passiert. Und es kann sein, dass diese übermäßig große Bewegung, die ich jetzt in der Wirbelsäule machen muss, wer sich das ISG schon mal angeguckt hat, also das Iliosakralgelenk, der weiß, da ist nicht so richtig viel Spiel. Es kann sein, dass das dazu führt, dass ich Probleme bekomme im unteren Rücken beim Laufen und beim Joggen. Also das ist auf jeden Fall eine mögliche Fehlerquelle. Das war der erste Teil zum Thema Vorfuß versus Fersenlaufen. Weiter geht es im zweiten Teil mit dem Thema Kräfteverteilung und Effizienz. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns. Bis bald. Euer Emanuel.